Hallo zusammen, wir sind hier auf Poros heute und nachdem wir gestern Abend noch schön mit der Crew hinten auf der Badeleiter saßen, Bierchen getrunken, Gitarre gespielt, weil einer von uns seine Gitarre dabei hat, war ein wunderschöner Abend, sind wir dann heute früh noch vor dem Frühstück wieder ins Wasser gegangen und haben unsere restliche Sauerstoffflasche noch leer genuckelt und hatten einen wunderschönen Tauchgang. Anschließend sind wir dann los und Hydra ist wirklich das Griechenland pur, also so wie diese Insel habe ich selten was typisch Griechisches eigentlich erlebt. Wunderschönes kleines Städtchen, leider ein sehr überfüllter Hafen. Wir haben dann an der Außenmole festgemacht und sind dann mit unserem Dinky schön an unserer Landleine immer hin und her getingelt, haben dann dort was zum Mittag gegessen, sind noch ein bisschen durch diese schönen Gässchen gelaufen und sind dann anschließend wieder aufs Schiff, haben dann noch einen Badestopp gemacht, wo wir schön schnorcheln waren und einen tollen Felsen entdeckt haben, von dem man dann ins Wasser springen konnte. Schön Spaß gehabt und sind dann wirklich losgefahren und haben gehofft, dass wir hier auf Poros noch ein Plätzchen finden und siehe da, es war eine kleine Lücke, wo wir mit unserem Schiff rein konnten und jetzt haben wir hier schön angelegt. Ein wunderschöner Hafen, auch hier wirklich, die Stadt habe ich noch nicht gesehen, aber allein dieses Ambiente mit diesen Schiffen, mit diesen schönen Häusern ist schon einfach traumhaft. Also wirklich Griechenland pur, auch hier und jetzt werden wir noch einen schönen Abend hier verbringen, gehen nochmal schön essen und dann schauen wir mal, wo wir morgen landen. Wir sehen uns, bis dann!